Musik Oh! Was ist denn jetzt? Endgegner, äh... Aua! Ich wollte doch hier noch die... extra... Chili nehmen. Musik Gucken wir mal mal Screenshots hier. Musik Musik Okay. Okay. Verrühren geht auch nicht. Das kann ich denn gegen den machen. Also, zum Beispiel da schon mal nicht rein. Ah! Er kriegt Schaden von den... Mhm. Ready? Ja. 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 Also, man muss die Eiszapfen auf ihn drauf fallen lassen. Aber in die Ecke drängen ist nicht gut, weil da kann man ihm nicht mehr entwischen. Ja, das geht... Ja, das geht... Also, genau. Ist rechtzeitig da weg. Hm. Hm. Da hängen geblieben an der Ecke. Ja. Ich muss immer da um die Mitte drum rum tanzen. Ja. 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 Ja, ich muss auch den Schein... Ja. 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 Ready? Okay. Spannend. Ist ja gemein. Spannend. 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 Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja, das ist schon wieder. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Okay, schon. Ja. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja, der aushält. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja. Ja, das ist schon wieder der Fehler. Ja. 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 den habe ich jetzt zu früh ausgelöst aber so in der richtung muss es gehen ready so 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 Okay. Ready? Ja, zu früh fallen lassen. Hm, was ist denn wenn ich, habe ich nicht schnell genug. Doch nur eine Schnecke. Ready? Hm. 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 Zu früh. Ich muss warten mit dem Auslösen, dass der Rechte ihn trifft. Hm. Aber dann schaffe ich es nicht. Okay, ne, so geht es nicht. Hm. 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 Das war's für heute. Und geht jetzt da lang? Und geht jetzt auf die Karte. Ready? Ready? So geht's. Danke für das Abo, aber jetzt habe ich den Trick gefunden. Und dann kamen nämlich auch die Dinger in der Mitte wieder, meinte ich. Das war zu früh, aber zu früh. Das war's. Jetzt kommt er genau da rum. Ah. Ready? Ready? Okay. Was soll das? Ready? Ich brauche was Härteres. Turbotorte, auf den Testbericht bin ich auch gespannt. Also man muss, man muss es genau, man muss den Tanz lernen quasi und man muss sich genau, man muss sich eine Strategie überlegen. Also es ist nicht unmöglich, aber man darf nicht viele Fehler machen. So. Das war jetzt, das war unkleber, ich bin zu früh gesprungen. Ready? Das war jetzt, das war nix. Das war jetzt. Na, ich lerne es nochmal. So. Ich muss warten, bis er da drüben ist. Damit ich genügend Zeit habe. Wie, da kann man entlang laufen. Ach, nur da oben? Okay. Ach, da kommt er nicht weiter. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier entlang gehe, dann darf man noch nicht runterfallen. Okay. 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 Ready? Untertitelung des ZDF, 2020 Mit diesen anderen Viechern, wie soll man das schaffen? Untertitelung des ZDF, 2020 Mit diesen ZDF, 2020 Mit diesen ZDF, 2020 Mit diesen ZDF, 2020 Spielen wir mal ein bisschen mit der Kollisionsabfrage Das war's für heute. so ich muss sind hier erwischen damit ich dann dann kommt die direkt ich will wollte dann wieder runter und zwar auf der anderen seite Schwierigkeitsgrad für eiskalte Typen jetzt wird rausgewagt ready Ready? Wird nix, dat wird nix! Ready? 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 Wird nix! Ready? 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 so Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint?